Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge RAFT und das ganze mit Steffen Münsterland TV könnt auch ein Abo da lassen bei YouTube, bei Twitch, bei Facebook wie ihr möchtet. Weggeschmissen. Guten Tag alle zusammen schön dass ihr dabei seid und schön dass wir hier sind auf der Insel gleich. Oh der Highcock hier wieder. Wir haben uns schon mal ein bisschen gerade off screen wie man so schön sagt abgesprochen aber sind immer noch einer Meinung was wir tun müssen und das ist ja das Wichtigste. Die Insel wird erkundet. Oh die ist aber tief hier. Ich hoffe dass wir hier Eisen finden. So meine Hoffnung. Hier Eisen weil wir brauchen sehr viel Eisen. Wir wollen jetzt außen mindestens an den Netzen verstärken. Dafür müssen wir natürlich einiges an Eisen finden und schmelzen und dafür kommt auch noch eine dritte Porch. Dafür brauchen wir dann also auch Sand. Ja weil der Gustav immer alles abbeißt. Ja und das ist einfach diese diese Netze sind halt sehr teuer. Das wisst ihr ja selber wer es schon mal gespielt hat. Wenn so mal eine Ecke ist ist es Plastik. Mittlerweile tut Plastik uns nicht mehr so weh. Oh sieht anders aus. Ja. Aber Netze sind halt schon ja etwas teurer. Und das wollen wir halt auch vermeiden. Genau. Ah was ist das hier? Metallärzt. Okay das ist genau das was wir suchen. Gustav ist gar nicht da. Er heißt glaube ich Prune oder so hat er auch in den Kommentar geschrieben. Bruce. Oder Bruce sogar. Bruce heißt er ja. Aber es gibt aber auch eine Mod wo man umbenennen kann. Oder die ich ja schon mal erwähnt habe. Wie bei Twitch. Aber da wir jetzt nicht twitchen macht es ja keinen Sinn. Nee. Also bei mir heißt er Gustav. Der heißt so wie er gerade dein Name im Kopf ist. So. Genau. Bei mir heißen irgendwie fast immer alle Leute Gustav. Ja ich glaube du hast dir auch schon mal an. Also das ist halt dann einfach so. Ja. Chantal und so war auch schon mal im Gespräch. Aber das ist wie bei Mutter. Wenn man böse ist dann wird halt der volle Name ausgesprochen und dann heißt er halt Chantal. Und wenn du bist es halt Gustav. Oder umgekehrt. Das waren wir schon. Nee. Aber hier ist irgendwo gefühlt nicht viel. Auch stockdunkel. So. Gab es denn Scheinwerber irgendwann? Nee ne. Die Laterne finde ich naja geil. Ich weiß gar nicht. Können wir die ja nicht schon? Irgendwas mit Laternen habe ich gelesen. Aber ich weiß nicht ob das so. Aber die elektrische können wir noch nicht. Die ist die du meinst. Die elektrische können wir noch nicht. Doch doch. Das kostet allerdings vier Schrott und sechs Planken. Die sechs Planken tun uns irgendwann nicht mehr weh, weil wir oben Palmen anbauen. Ja. Ja, ich war ja schon so 11 Jahre ausübertrieben. Aber hier war ich hier. Nee, Plastik hatte ich ja nicht. Boah. So. Ja und die Blätter würde ich sagen, wenn die eine Kiste mit Blätter voll ist, können wir über ein... Ja, okay. Da kannst du ja auch mal noch netze machen. Äh, Seile machen ein paar. Oh mein. Ja, hast ja recht. Aber wie gesagt, ich habe beim letzten Mal in irgendeiner Aufnahme alle Blätter weggemacht. Das ist natürlich dann auch blöd. Ja, aber die kriegst du ja so schnell wieder, wenn du fährst. Ja, ja, genau. Ey, was trinken an Bord. Ah, stimmt. Die Seile war ja noch nicht voll, ne? Ja, warte mal. Oh, das kann man sagen. Vielleicht habe ich gedacht, dass ich ja was dabei hatte, ja. Flasche, das ist ja der Vorteil in der Flasche. Es ist von geil aus, wenn die Kiste mal auf und zu geht. Ja, äh, vielmehr ist es, dass das halt ganz der Klappert. Aber sonst ist es cool, ja. Haha. Also mich stört das Klappert nicht. Die stören nicht. Ist halt erst mal ungewohnt. La 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 la. Wir haben keine Blätter mehr. Die brauchst du nachher, glaube ich, nur noch für die Pflanzen, ne? Meine Pflanzen. Post. Die Blätter. Und es gibt noch einen Mod irgendwie mit Kompost. Aber da wollte ich jetzt nicht auch noch ran. Das können wir drin lassen. Den Schrott können wir hier rein, weil den können wir ja hier rausnehmen. Das machen wir jetzt erstmal rein. Eisen nehmen wir da. Ja. Ich glaube, von mir aus kommen wir schon fast wieder weiter. Einfach weiter. Das wird heiter. Das ist mal eine Flasche, wenn ich jetzt mal voll. Dann kann man einfach trinken und fertig. Dann machst du dir kurz Gedanken, wenn du dann getrunken hast, dass du es wieder auffüllst und dann fertig. Aber immer mit Husten und alles aus Losrädern auffüllen, das ist immer nervig. Mal gucken. Wir sind, wie gesagt, es ist ja erst die Folge irgendwie zehn oder so. Jetzt elf. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Ach, stimmt. So. Und ich glaube, mit dem Reiniger haben wir es auch schneller aufgefüllt. Das ist ja nur eine Flasche pro Dings und da werden sogar zwei. Vielleicht machen wir die Kleinen hier weg und machen hier unten einfach einen Reiniger hin. Aber du hast ja auch schon Flaschen, ne? Eine Flasche habe ich schon, ja. Der ist ja komplett voll mit Wasser jetzt. Dass wenn man unterwegs ist und so nicht zurück muss. Wollen wir ankerlichten oder hast du auf Insel noch was? Ich habe nichts. Ich bin fertig. War hier nicht so früh oder war es so schnell? Nee, da war nichts. Aber ich habe auch ein paar Eisen jetzt dabei. So, dass wir einfach zum nächsten kommen und da wieder den großen Schwung machen und gucken können. Das wird der Heil, ne? Ja, ja. Ja. Einfach das Säge komplett hoch, dass wir auf die normale Kurs wieder kommen, ne? Da ist oben. Bei mir zumindest. Ja, bei mir auch. Jetzt muss ich mal essen. Und brate ich nämlich hier auch noch parallel immer ein bisschen durch, dieses Gemüse. Mhm. Wenn wir so eine Kiste voll mit warmem Essen haben. Warm ist es dann auch nicht mehr, aber... Na gut, ciao. Das geht ganz gut, aber jetzt immer neun Stück und einmal fertig. Sehr, sehr gut. Eine Eisenachs hast du schon, ne? Oder hast du eine Steinachs? Ich habe eine Steinachs mir jetzt immer gemacht. Und hier ein... Oh. Pack dir mal oben in die Krimskramskiste eine Axt und ein Eisenspeer, ne? Ja. Wenn ich an den drankomme, der ist ja hier irgendwo hinter. Da komme ich nicht ran. Erst mal ein... Daaainkper queria. Und dann? Metallspeer genau. Dann mache ich mir nur noch einen Metallspeer... Weil damit wir den... Erst, wo wir einen biskern abhalten können. Hm? interior Secret pituitur... chains komplett hat strappf Wow. Da wollen wir nochmal irgendwohlen... Ich habe das wollen. Wir sind auftkonzepte 없어. Wir haben Bananen, stimmt Bananen haben wir ja auch noch nicht. Die waren auf den großen Inseln wahrscheinlich, wa? Ja, kann sein, ja. Aha. Wieso hat man denn nur 80% Gesundheit? Sehr cool, ich habe jetzt den Eisensperr. Pus, du kannst kommen. Ich bin auf dich vorbereitet. Mal gucken, ob mein Inventar leer ist, wenn ich hier einsammle. Mache ich erstmal nimm mal, das ist bestimmt auch lecker. Okay. Okay. Soll ich nochmal rausnehmen. Gibt es denn größere Kisten? Wahrscheinlich ist das dann auch wieder eine Mod, ne? Ja. Ja. Gibt es. Also mit Mod. Und standardlich, ne? Ne. Achja. Aber ich werde trotzdem so wenig Zeugs haben. Ich meine letztendlich kommen wir ja eigentlich ganz gut damit klar, so wie es gerade ist, oder? Definitiv. Ja. Ach guck mal, da hinten ist schon wieder eine Insel. Was wir einfach mal zwischendurch erwähnen möchten, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, seid uns nicht böse, wenn wir nicht direkt darauf eingehen, beziehungsweise im Spiel, ne? Also schreiben natürlich schon, da sind wir ja einfach der Vorteil in den kleinen Kanälen, dass man das dann schon überschaubart, aber ins Spiel können wir sowas natürlich erst umsetzen, wenn wir wieder aufnehmen und im Augenblick haben wir halt Spaß und nehmen halt auch gerade wieder, ja eine Woche locker im Voraus auf. Von daher. Genau. Seht's uns nach, aber ich hoffe ihr mögt den Content genauso wie wir Spaß dran haben. So, so, so. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Ja. Jetzt kann ich den Zettel wegschmeißen, ne? Dass ihr die Videos liked. Nicht das Like vergessen. Ja, auch wenn ihr nicht mögt, einfach ein Liken. Genau, einfach ein Liken. Und meistens, ich schau von Chanel sehr viel und meistens, wenn sie den Satz sagt, sag ich, ach ja stimmt, hier hat's ja auch noch nicht, dann drück ich dann drauf. Ist einfach, man vergisst es selber auch schnell. Ja, mir geht das so bei anderen Kanälen, wo ich Videos gucke auch so, dass ich gar nichts daran denke. Und wenn es euch nervt, dann hört einfach weg, aber wie gesagt, es ist wirklich, es hilft einfach ungemein und es tut euch nicht weh. Klar, wenn ihr jetzt gerade auf einem Fernseher guckt und habt das Handy weit weg liegen, dann ist es so, dann tut ihr uns nicht böse, aber wenn ihr gerade in der Hand habt, klickt es drauf. Also ich kann auch auf meinem Fernseher liken. Ja, da finde ich es halt komplizierter, da willst du halt in der Regel noch was gucken. Dann ist es so, aber wenn das gerade möglicher ist für euch, liked. Oder ihr macht einfach mal, jeden Sonntag geht ihr alle Videos von uns durch, klickt sie alle nochmal. Lasst sie natürlich durchlaufen, wegen den FU-Zahlen. und Spaß. Das habe ich meinem Neffen letztens gesagt. War ja ganz böse. 30 Sekunden muss zumindest gucken. Wenn man das zählt. Ja. Drei Sekunden hält man schon aus. 30? Ja, ja, 30 Sekunden hält man schon aus, sage ich. Ich kann jetzt einfach mal 30 Sekunden im Mund halten, in der Zeit guckt ihr einfach mal und dann... Ach so, äh, Anker schmeißen und so? Äh, sind wir schon da? Ach, sind da? Anker fällt. Also egal, wir haben den Helm, äh, dem links. Naja, mit dem, mit der, mit der Spitze, so war schon hier dran. Oh ja. Apropos Spitze, den haue ich jetzt mit dem Eisen weg. Er ist tot. Echt? Das ging ja fixi. Na? Ah, hier gibt es noch ein bisschen Heizleiche, oder? Wenn ich ihn finde, ja. Aha. Wenn ich ihn finde. Ähm, komm ich ihn hoch? Hallo, Engel? Ja, die kann ich hier dringend rein. Kann man schon direkt raufschmeißen hier. Drei Pocken hier. Geiler Engel. Gelettern muss ich hier, oder? Ja. Müssen unbedingt tauchen, da geh ich jetzt mal hin. Na klar, ja. Genau, das, äh, da rein. Ich brauche was zu essen. Ja, ist hier high, ist hier alles drin. Äh. Ja, ja. Eigentlich bin ich auch so inselig. Dann hau das Obst alles weg, was es da gibt. Alles, was du kriegen kannst. Das ist jetzt hier nicht gerade eine große Insel. Ah, okay. Aber die Kokosnuss hat schon mal geholfen. Boah, ich möchte da auch noch rüberklettern. Ah, da ist noch eine andere. Weiche Essen. Ernten und Essen. So muss es sein. Was haben wir? Ja, die habe ich umsonst gebaut, die Kacke. Jetzt haben wir noch einen Highcop da drin. Brauchen wir eigentlich schon fast sicher. Den können wir irgendwann mal aufhängen. Und doch, jetzt brauche ich den Highcop wieder. Ich habe ja die ganze Zeit den Highcop aufsinn, merke ich gerade jetzt. Ähm. Ja. Ja, wir sind leer. Ich gehe tauchen. Du bist auf der Insel, oder? Ja. Ach so, eigentlich wäre ich dran gewesen. Aber ja, ist ja egal. Es sei denn, du hast keinen Bock. Ich brauche nur Sand und Eisen. Ja. Warte. Sag mal, hier ist das Sand. Das ist da Eis. Stein. Steinbrunn. Äh, was sollst du sagen mit kein Bock? Entschuldigung. Ja, wenn du mal keine Lust hast zu tauchen, sagst du einfach noch. Ja. Weil eigentlich wäre ich dran gewesen. Nee, ich hätte ja nur Gefahr, wo du schon bist. Sonst hätte ich gesagt, wenn du unter Wasser bist, wäre ich auf die Insel gegangen. Also, ich hätte dir das einfach überlassen. So. Das war glaube ich Eisen, hoffentlich. Nee, guck mal alles. Boah, ich habe auch eine Muschel für dich hier. So, gucken. Eisen finden wir glaube ich irgendwo hier außen dann meistens. Also, das müsste es sein. Ja, Metall erst. Aber viel tiefer können wir noch nicht ohne Flossen und ohne Tauchflaschen. Steine. So. Muss du mal kurz hier kommunizieren. Hast du geschimpft? Nein. Interessant. Der Ton ist auch gut. Pick up. Ja. So sagt er einfach. Ist doch. Bist du nach unten? Ich bin nach unten, ja. Deine Chance jetzt abzuhauen. Hahaha. Tschüss. Gute Reise, kleine Meise. So, haben wir überall Planken drin, hier liegt er. Hat er nicht mehr gekocht, wie das aussieht, wie der da schwimmt. Schwimmst du gerade rückwärts? Ich habe getrunken, deswegen. Achso, sah lustig aus. Der ist ein bisschen mehr hier, ne? Ja, hier unten auf jeden Fall. Der ist ein bisschen mehr im Meer. Ein Meermeer. Ah, Eisen leider nicht, also Eisenschrott schon. Aber auch Sand und Dings, habe ich jetzt gedacht, da war betagt. Sieht doch so noch Steine erst aus, ne? Das war jetzt Steine. So. Oh, Stein, aber jetzt bin ich hier unterm Boot. Das ist nicht klar. Ja. Obwohl, einmal Hai esse ich mal hier. Ich habe jetzt zwei Hai-Stücken gemobst, so. Dafür sind sie da zum Eisen, oder? Die anderen zwei sind seine. Tun, Sand haben wir jetzt. Und brüderliche Teilen hier. Echt, Eisen ist noch zu wenig. Vielleicht gucken wir mal beide zusammen unten nochmal nach Eisen. Weil manchmal muss man ein bisschen tiefer tauchen. Ja, das machen wir als nächstes. Wir haben eigentlich von diesen, äh, Dings genug. Wir müssen mal gucken, dass wir an die Taucherausrüstung kommen. Ich glaube, dafür mussten wir aber auch ne, oder, ne, ach nee, haben wir schon. Ne Flossen haben wir. Ja, da gibt es ja nachher irgendwann auch die Tarn und so weiter, ne? Äh, ja, ich meine erstmal, genau, Taucherausrüstung, damit wir tiefer und länger tauchen können. Aber dafür mussten wir irgendwas forschen, noch dafür, äh, für die Sauerstoffflaschen, weißt du? Ne, mal gucken, was wir dafür noch forschen müssen. Ah, hier ist es schon. Die Flasche müssen wir einfach nur reinschmeißen. Komm, ich gucke mal meine Flasche. Ja. Da habe ich Steine, brauchst du ja nicht mitnehmen. Die fangen wir so viel, ne? So, dann haben wir hier nämlich die einfache und die doppelte. Das eine ist eine Sauerstoffflasche. Was ist das andere? Ach, das ist ein Fernplan. Okay, ja, können wir erforschen und haben wir es aber. Und wenn wir jetzt Leiterplatte, die konnten wir auch irgendwie bauen, dann kriegen wir nicht auch so Sachen wie das Radar. Das wäre so für die Storybar langsam zu beginnen. Ganz cool. Die Leiterplatte ist gut. Da muss man nur Kupfer machen, ne? Glaube ich, ja. Mal herstellen. Ich mache mich einfach und dann gehe ich hier rein und packe die Leiterplatte mal hier zur Erforschung. Ich habe schon wieder Hunger. Da ist jetzt einiges durchgegangen. Mal durchmampfen hier. So. So. So sagt es einfach so. So. Land da rein. So. So, du hast hier das Included rausgenommen, ne? Was habe ich rausgenommen? Warte, ist ja auch nicht wichtig. Na, da gibt es Excluded und Included. Also, das, wenn du automatisch herstellst, dass er das nicht aus der Kiste zieht. Kannst du mich einstellen. Achso, das habe ich dann unbewusst getan. An der Kiste stehst du das ein, oder? Ja, das ist mir nicht eher. Noch nicht bewusst gesehen. Aber ist ja eh die Essenskiste, von dem her ist wurscht. Ist das eine von den zwei Symbolen oben, oder? Ne, wenn du über die Kiste rüber gehst, dann siehst du das da. Ja, mein R. Da steht nur Open. Und da drunter? Ach, da, ah, okay, da, okay. Genau. Ah, okay. Im Klug. Ah, okay, jetzt wieder was gelernt. Also, ich kann nochmal den High-Kopf. Fahren wir schon wieder? Ne, ich. Achso, ich sollte ja nochmal runter. Genau, wir wollten bald nochmal gucken, ob wir Eisen und ich doch noch was finden. Stimmt. Ganz schön dunkel hier gerade. Ja, wir können auch auf den Tag warten. Oh, Gustav. Das ist egal, ja, ist schon unterwegs. Ich habe ihn abgehalten. Und repariert, ich bin gut. So, jetzt können wir nämlich Taucherflaschen machen. Aber mache ich jetzt mal. Vielleicht können wir dann bei Tageslicht schon hier auf Arteps-Dinger, ne? Da muss ich leere Flaschen für haben. Und dafür brauche ich zweimal Schleim. Wollen wir was? Also, das stimmt, das nimmt er hier raus. So ein Atemgerät wäre schon cool. Oh. Boah, dann haben wir schon fast Endgame. Dann haben wir fast Endgame. Extrem tief kannst du ja nicht tauchen, ne? Naja, und Eisen ist halt manchmal ein bisschen tiefer. Oh, ihn sprengt leider. Wäre was für dich wahrscheinlich hier. Den können wir auch schon bauen. Noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob man dafür dann nicht noch mehr braucht. Okay, bestützt erstmal Bewässerung. Deine Pflanzen automatisch erscheint jedoch eine Batterie zu fehlen. Okay. Der braucht mehr. Finde ja so angenehm, wenn Gustav mich nicht hier angreift. Ja, finde ich ganz gut. So, dann gehen wir auf Herstellen. So, dann haben wir das schon mal. So, und dann brauchen wir jetzt hier noch. Noch 5 Mark Lever. Wir haben 261 Kunststoff. Das ist ganz cool, wenn das hier sieht, was in den Kisten alles so ist, ne? Ja. So, Flossen. Dann Flossen wäre auch cool, weil dann tauchst du auch schneller, ne? Ja. Dann hol ich mal noch Dings, die Algen in der Zeit. Da brauchen wir jede Menge mittlerweile. Bist du das? Ja, das bist du. Ja. Ich wäre beschäftigt gerade hier nach Eisentauchen. Ja, ich gucke mich mal nach. Ich bereite mal unsere Taucherausrüstung vor. Und dafür brauchen wir halt jede Menge Algen und Klipper und so. Ich weiß gar nicht, woher die Algen haben ja auch meistens nur eine Stelle, wo du sie fliehst. Boah, schwimmt halt Jens denn überall dran vorbei, ne? Oh, ja, in den Algen, oder? Ich bin auch an den Metall. Du, oder? Ich bin ja auch schön an der Seite. Nein, du schwimmst an der anderen Seite. Ja, weil ich jetzt gerade auch auf Algen bin, deswegen. So. Dann nimmt er das nicht. Dann nimmt er das halt nicht. Und zwar ein Stein, nur. Steine jetzt. Da sind die Algen sehr gut. So, die Algen auch. Ich sehe nichts mehr. Algen, Algen, Algen. Ich bin genau falsch rum um das Schiff. Wenn ich direkt andersrum heiße. Hier hängt auch nichts mehr dran. Das haben wir schon alles hier. Hm, hier ist nichts mehr. Okay. Oh, einmal hoch. Aber das Leben geht schon kraft schnell runter, ne? Wenn dein Sauerstoff plötzlich weg ist. Ja, das stimmt. He's crazy. Ja, ich hatte jetzt auch nochmal viermal trank, ne? Ja, sehr cool. Ich habe auch eine Muschel für dich. Eine Perle. Packe ich unter eine Kiste. Fünf Grammster. Oh, da liegen sie auch drin. Ach stimmt, die Feder muss ich auch nochmal forschen. Da gab es auch irgendwas mit Federn. Ohrenest. Borschen und auch hier Pinsel. Stimmt. Hängematte und... Federn. Das ist hier Metallpfeile so. Oh ja, die Kaffeele. Aber die ist es hier nicht. Ah ja, die bleibt. Egal. Aber hier die Achse ist noch drin. Und das Eisensperr für dich. Jo. Ach, die Muschel. Genau, damit machen wir das Vogelnest. Komm, dann machen wir das Vogelnest. Komm, dann machen wir das. Ich komme. Ja. Wollen wir mal das Vogelnest. Da. Er soll Heikop absitzen. Aber hier? Oh. Ach, Erde. Das heißt mit einer Schaufel könnte man... Ah. Ich glaube, jetzt ist es wohl zumindest der Weg. Doch. Oder auch. Aber das Coole ist, man kann ja jetzt immer bauen, weil... Er nimmt sie aus der Kiste und nicht aus seinem Inventar. Ja. Kann ich anrichten? Jawohl. Okay. Ich war ja in der Gruppe durch. Also ich habe nichts mehr gesehen gehabt. Ja. Wüsste ich es nur, dass wir halt dann ein bisschen was haben. Und dann... Fällt mir aber am nächsten halb wieder aus, was haben wir denn hier. Einen Bienenstock gibt es sogar. Okay. Ein Netz. Kein Nester. Okay. Ich habe meinen ganzen Scheiß da reingelegt. Fortgeschrittener Sammelnetze, ist das denn automatische Gegenstände aufgeschwimmen? Dann kann man mehr Objekte... Kann man mehr Objekte tragen und so. Okay. Woher ist es jetzt hier? Aber weißt du was? Bevor wir da irgendwie mehr Objekte machen oder forschen. Ich würde sagen, wir enden wir nicht vor ihr, oder? 36 Minuten? Ja, ich glaube, wir haben die Leute genug geärgert. Wir ärgern? Wir ärgern niemals. Falls ihr euch geärgert habt, tut es uns sehr leid. Janela kommt zu euch und backt den Kuchen. Bis dahin. Nein. Bis dahin. Tschüss. Und vergesst den Like nicht. Tschüss. Tschüss. Und welches Rezept ihr mögt an Kuchen. Tschüss. Nein.